Ich habe die Erwartung, dass ich in den nächsten zwei Jahren mindestens 10 Millionen Umsatz pro Jahr mache. Ich habe die Erwartung, dass ich in den nächsten zwei Jahren Fernsehauftritte haben werde und der bekannteste Fitness- und Pursetrainer auf der gesamten Erde werde. Diese Erwartung habe ich. Und jetzt ist die Frage, wenn sich diese Erwartungen nicht erfüllen, was passiert dann? Hallo und herzlich willkommen bei André Strienbacher, deinem Performance-Coach. Spannende Frage. Spannende, spannende Frage. Ich habe es natürlich jetzt maßlos übertrieben mit den Vorstellungen, aber das ist richtig so. Denn es gibt Menschen, die haben solche Vorstellungen, solche krassen Vorstellungen. Und da ist die Frage, wenn wir diese Erwartungshaltung haben, wie gut ist diese Erwartungshaltung, wie wertvoll ist diese Erwartungshaltung, was steckt hinten dran? Ist so eine Erwartungshaltung von vornherein mit Erfolg gegründet oder ist sie mit Schmerzen verbunden? Mit Frustration zum Beispiel. Das ist die spannende Frage. Und in meinem Fall, in meinen Elementen, die ich anbiete, ist einmal die Ernährung, das ist einmal die Bewegung, das ist einmal der Schlaf und die Achtsamkeit. Ist folgendes. So, 20 Jahre körperliche Inaktivität. Kein Sport, keine Bewegung. Nichts, nada gar nichts. Schlaf, sehr bescheiden. Achtsamkeit, was ist das? Ernährung, gesund, habe ich schon gehört. So, und jetzt wird montags der Anlauf genommen und gesagt, ab sofort dreimal in der Woche 75 Minuten Hochleistungssport. Ab sofort 21 Malzeiten pro Woche, knallhart, top gesund. Ab sofort jede Nacht acht Stunden besten Schlaf und mindestens zweimal 30 Minuten Meditation und fertig. So, jetzt haben wir jemanden, der arbeitet 50, mindestens eher 60, manchmal sogar bis zu 70 Stunden pro Woche. Er ist selbstständig, er ist eine Führungskraft, er ist Unternehmer. Und da ist es eben so, dass die meisten ein hohes Anforderungsprofil haben. Ja, und er nimmt sich das vor. Diese Erwartungshaltung ist manifestiert, es ist in Stein gemeißelt. Und jetzt fängt dieser gute Mensch an, männlich, weiblich, es ist wurscht, fängt damit an. Und stellt fest, nach zwei Wochen, boah, diese dreimal 75 Minuten Sport in der Woche, das schlaucht mich schon ganz schön. Dann, diese zweimal 30 Minuten Meditation habe ich in der ersten Woche ausgehalten, nach zwei Wochen habe ich es nicht mehr zeitig, nicht mehr geschafft. Die gesunde Ernährung, 21 Mahlzeiten, konnte ich in der ersten Woche umsetzen, in der zweiten Woche war es schon wieder knapp. Und jede Nacht acht Stunden zu schlafen, hat auch noch nicht funktioniert. Jetzt was entsteht? Jetzt entsteht eine Frustration. Denn wir hatten die Erwartung, dass es genau so funktionieren würde. Und da die Erwartung nicht erfüllt wurde, von uns selbst nicht, was steckt dann dahinter? Wie fühlen wir uns? Wir fühlen uns als Versager, als Verlierer. Wir haben es nicht geschafft. Dann entsteht dadurch die Frustration. Die Frustration ist natürlich auch wieder mit Hormonen gekoppelt. So, und diese Hormone sind keine Wohlfühlhormone. Nein, das sind Hormone, die uns nicht glücklich machen. Denn wenn wir unsere Erwartungen erfüllen, dann sind wir nicht frustriert. Und in dem Moment haben wir eine Belohnung. Wir freuen uns, wir haben es geschafft. Wir bekommen Dopamin, danach bekommen wir Serotonin. Wir können gut schlafen, weil der Hormonhaushalt ausgeglichen ist. Stresshormon ist nicht zu hoch. Wir kommen abends in die Ruhe. Und jetzt ist die Frage, was war der Fehler? War der Fehler, grundsätzlich sich zu verändern? Nein, das war definitiv kein Fehler. Sondern der Fehler war nichts anderes, wie die Erwartungshaltung, dass wir von 0 auf 180 uns innerhalb von kürzester Zeit drehen, obwohl das von vornherein schon unrealistisch war. Weil wir die Situation gar nicht so bewerten konnten, weil es ist was Neues gewesen. Wir mussten uns erst auf das Neue einlassen. Und es waren alles neue Situationen, die noch gar keine Routine waren. Und somit war klar, dass wir gewisse Dinge von Anfang an nicht so umsetzen konnten. Also unter was leiten wir dann? Wir leiten dann nicht unter dem Vorhaben, dass wir uns was Neues vorgenommen haben. Sondern wir leiten darunter, dass wir die Erwartungshaltung, die wir uns selbst gesetzt haben, nicht erfüllt haben. Das passiert in meinem Bereich, im Coaching-Bereich auf meinen Vorlevels. Das passiert ganz oft im Business-Bereich. Das passiert ganz oft im privaten Bereich. Dass wir persönlich uns was vornehmen, eine Erwartungshaltung haben, was passieren sollte, was aber so in der Zeit nicht möglich ist. Und jetzt ist die große Frage, was tun? Einfach zu sagen, weißt du was? Dann lassen wir das halt in Zukunft sein, machen es nicht mehr. Das wäre eine Möglichkeit. Aber dann bleiben wir stehen, beziehungsweise laufen wir rückwärts. Oder wir sagen, lass uns mal darüber nachdenken, wie viel Zeit benötige ich tatsächlich für so ein Vorhaben. Sei es im privaten Bereich, sei es im gesundheitlichen Bereich, sei es im Bereich der Verhaltensänderung, sei es im Bereich Business, was Business-Modelle anbetrifft. Uns ganz klar zu überlegen, welchen Zeitrahmen brauche ich zu ungefähr und welche Maßnahmen benötige ich dafür, um dahin zu kommen. Und in dem Moment, wo wir das gut bewerten, ich würde sogar sagen realistischer bewerten, realistischer, ganz realistischer, weil wir es nie treffen, aber realistischer bewerten, entsteht nicht diese Frustration, nachdem wir unsere Forderung, die wir uns selbst gestellt haben, erfüllen. Denn hinten dran steckt ja oft einmal die Enttäuschung über uns selbst und natürlich gleich bei uns, die Denkweise, was denken andere von uns? Was glauben die jetzt von mir, wer ich bin, was ich kann? Also haben wir hier natürlich eine Schublade, wo wir uns selbst reinstecken und sagen, okay, ich habe das nicht geschafft, das nicht geschafft, das nicht geschafft. Schublade, Versager, Schublade, Pfeife, sind wir drin. Unsere eigene Bewertung. Wie fühlen wir uns dabei? Wir fühlen uns nicht gut dabei. Denn was passiert dabei, bei diesem Gefühl? Wir haben das mit Gedanken verknüpft und diese Gedanken sorgen wiederum dafür, dass unsere Hormonsekretion aus dem Fugengerät, dass wir in ein Ungleichgewicht geraten. Was passiert mit unserem Schlaf, wenn wir frustriert sind? Wir schlafen nicht gut, weil wir ständig darüber nachdenken, wie können wir es beim nächsten Mal besser machen, warum bin ich so eine Pfeife? Ich hoffe, dass ihr versteht, was ich damit meine. Natürlich dürfen wir uns hohe Ziele stecken. Das ist ja auch gut so, wenn wir uns hohe Ziele stecken. Es muss aber individuell zu der Person passen, der ich bin. Jeder Mensch hat unterschiedliche Ressourcen. Und wenn ein anderer Mensch zu mir sagt, pass mal auf, mein Freund, du wirst das und das Ziel erreichen, dann kann das funktionieren. Das muss aber nicht funktionieren. Wenn derjenige, der mir dieses Ziel setzt, ein Ziel setzt, was von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, dann leidet dieser Mensch drunter. Es gibt Menschen, die vertragen das, dieses ständige Ziel noch höher stecken, noch höher stecken und über das Ziel hinaus zu schießen und wenn sie das Ziel nicht erreicht haben, noch mehr Gas zu geben. Es gibt aber auch ganz viele Menschen, die leiden darunter. Der Schlaf leidet darunter. Die Seele leitet. Der Hormonhaushalt leitet. Die Leute sind völlig erschöpft, ständig überfordert. Die Familie leidet darunter, weil dieser Mensch nicht mehr zur Ruhe findet. Das kann so weit gehen, dass er seine Kinder nicht mehr entsprechend gut erziehen kann. Das kann so weit gehen, dass er mit seinem Partner nicht mehr vernünftig kommunizieren kann. Das kann so weit gehen, dass er ständig aggressiv ist. Das kann so weit gehen, dass er Alkohol trinkt. Das kann so weit gehen, dass er zu viel isst. Das kann so weit gehen, dass er eine Sucht aufbaut. Und genau aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir richtig dosieren. Dass die Dosierung stimmt. Und genau das ist die große Herausforderung. Die Dosierung so anzupassen, dass es zum individuellen Persönlichkeitsprofil passt. Und das ist auch mit meiner Arbeit, bei meinen Coaches. ist dafür zu sorgen, den Motivationspegel aufrechtzuerhalten. Dafür zu sorgen, dass die Ziele, die wir uns setzen, dass die umsetzbar sind. Denn stellt euch bitte Folgendes vor. Wir machen jetzt ein einfaches Beispiel. Ich habe jemanden, der wiegt 150 Kilo. So, und der kommt zu mir, macht einen Coaching über ein halbes Jahr. Und ich sage zu ihm, pass auf, wir nehmen jetzt in einem halben Jahr, du hast 150 Kilo, wir müssen runter auf 80 Kilo, wir nehmen 70 Kilo ab in einem halben Jahr. Ist das möglich? Ja, ist möglich, aber mit viel Brust verbunden. Denn er wird extrem viel sich bewegen müssen, ein komplett eingeschränktes Essverhalten. Er wird in seinem Business darunter leiten. Das heißt, das ganze Vorhaben ist von vornherein mit einem extrem hohen Stressfaktor verbunden. So, und das gebe ich dem jetzt mit. Er ist angezündet, das unbedingt erreicht, merkt aber schon nach ein paar Wochen, dass es nicht umsetzbar ist. Wie fühlt er sich? Frustriert. Wie fühlt er sich? Ja, schlecht. Und genau aus diesem Grund ist auch in meinem Bereich wichtig, wenn ich Coaches habe, wenn ich komme mit dem Wunsch und sage, pass auf, Andreas, ich möchte das und das und das erreichen, dann setzen wir uns Ziele, die sind umsetzbar. Und diese Ziele werden angepasst an meine Erfahrungen, die ich in den letzten über 30 Jahren gemacht habe. Dann weiß ich ganz genau, wenn jemand 150 Kilo wiegt und 70 Kilo abnehmen möchte, 70.000 Gramm mal 7 Kalorien hat Körperfett, sind 490.000 Kalorien. Die müssen durch den Ofen, dann kann man mit einer Formel berechnen, wie viele Tage braucht er ungefähr, es gesund zu erreichen. Und dann habe ich dem guten Menschen ein Ziel gezeigt, was umsetzbar ist. Und in dem Moment, wo ein Ziel umsetzbar ist, werden wir ständig, immer dann, wenn wir einen Kontrollmechanismus haben, monatliche Auswertung im Business, wöchentliches Wiegen in der Gewichtsreaktion, werden wir Erfolge feiern. Wenn wir aber ständig das Ziel zu hochsetzen und immer unterhalb dieser Messplatte bleiben und unser Ziel nicht erreichen, dann entsteht dadurch Frustration. Ich habe es wieder nicht geschafft. Ich habe es wieder nicht geschafft. Die anderen schaffen das alles. Ich schaffe es nicht. Der hat es doch auch geschafft. Ich schaffe es nicht. Und genau diese Frustration führt dann letztendlich zur Demotivation. Und die Demotivation führt dazu, dass wir früher oder später sagen, ich habe keinen Bock mehr. Und dann programmieren wir das ganz im Kopf ab. Ich kann es nicht. Mein Stoffwechsel ist kaputt. Ich bin nicht in der Lage, es umzusetzen. Es liegt an mir. Und letztendlich haben wir nur das falsche Werkzeug benutzt. Die falsche Vorgehensweise, das falsche Rezept. Wenn du einen Kuchen bäckst und du machst den Kuchen anstatt bei 180 Grad bei 280 Grad rein, dann ist er nicht schneller fertig, sondern er ist verbrannt. So einfach ist das. Und genau das ist das, was ganz oft passiert. Was uns ganz oft passiert. Und das Spannende ist, ganz oft setzen wir uns ja diese Ziele und ständig setzen wir unser Ziel zu hoch. Und was passiert? Richtig. Wir können nicht mehr schlafen. Wir sind gestresst. Wir sind Versager. Wir sind nicht gut. Wir bewerten uns selbst als nicht gut, als Versager. Ist das motivierend? Nein, ist es nicht motivierend. Sich unterzufordern, ist das gleiche Spiel in Grün. Und auch das ist nicht gut. Und genau hier die Dosierung zu finden, dass es funktioniert, das ist Masterclass. Und das ist auch mit unter anderem meine Arbeit, dafür zu sorgen, dass wir in meinem Projekt, also in den Projekten, was du mit mir eingehst, in Form von Gewichtsreduktion, in Form von neuen Fitness-Lifestyle, das Ganze so zu dosieren, dass es dauerhaft umsetzbar ist. Was nutzt es dir zu sagen, pass auf, wir ziehen zwölf Wochen durch, gnadenlos zur Strandfigur. So wie es ja vor ein paar Jahren noch war. Was ist passiert? Man hat die Leute verheizt. Die Leute haben nicht gelernt, wie man sich langfristig ernährt, wie man langfristig Sport macht. Acht Wochen lang jeden Tag eineinhalb Spur und Sport zu machen, das ging für acht Wochen. Acht Wochen lang die Kreuzrate komplett wegzulassen, das ging, aber eben nur die vierte Zeit. Aber die Menschen haben nicht gelernt, wie man sowas langfristig umsetzt, dass es umsetzbar ist. Und genau das ist die große Herausforderung. Die Dosierung macht letztendlich das Gift. Und meine Arbeit ist es, mit dir zusammen rauszufinden, welche Strategie gehen wir vor in der Gewichtsreduktion, wie viele Gramm pro Woche kannst du reduzieren, sodass es gesund ist, sodass es zu deinem Business-Modell passt, zu deiner Familie passt. Wie viele Sportstunden pro Woche kannst du absolvieren, wo kannst du denn Sport machen, sodass es für dich umsetzbar ist. Wenn ein Vorhaben von vornherein schon mit Stress verbunden ist, mit einem hohen Stresspegel, dass du es überhaupt machen kannst, dann ist es für mich schon von vornherein zum Scheidungsvorteil. Und genau das ist das, an was wir arbeiten. So, jetzt hoffe ich, dass ich dir einiges an Informationen, die dich zum Nachdenken anregen, geliefert habe. Und wenn du jetzt sagst, lieber Andreas, das ist schön, das ist super, was du mir da erzählst und kann ich mir alles super vorstellen, weißt du was, ich brauche jemanden, der mich führt, ich brauche jemanden, der mir alle Informationen zu den Vorlevels, die du anbietest, liefert. Ich kann mich damit auseinandersetzen, ich habe viele andere Sachen zu tun, um mich um Sachen zu kümmern. Bitte, kannst du dich darum kümmern? Machst du sowas? Yes. Machst du sowas auch online? Ja, seit 2007 habe ich über 8000 Leute, 8000 Coaches erfolgreich online beraten. Dann fragst du dich, ja online ist das überhaupt möglich? Natürlich. Ich habe Coaches hier, die sind erfolgreich, die sind online erfolgreicher wie andere offline. Das hat was mit dem Persönlichkeitsprofil zu tun, mit dir, nicht mit mir. Ich habe alle Informationen, die du brauchst. Ich liefere dir Erfahrungen von über 33 Jahren beruflicher Tätigkeit. Ich liefere dir Erfahrungen, beziehungsweise du bekommst Erfahrungen von über 25.000 erfolgreich gecoachten Coaches. Du bekommst das Wissen von über 50 Weiterbildungen. Du bekommst die Sicherheit, dass die Dinge, die du von mir bekommst, in Form von Ernährungsvorschlägen, Bewegungsvorschlägen, wie du meditieren sollst, wie du besser ins Schlaf kommst, bekommst du aus den wärmsten Händen, was du dir vorstellen kannst. Es wurde schon zigtausende Mal von anderen genauso gemacht, erfolgreich durchgeführt. Das heißt, du musst dir darüber keine Gedanken machen, ob du Erfolg hast oder keinen Erfolg hast. Du wirst Erfolg haben. Ganz einfach, weil du die beste Information hast. Du musst nicht darüber nachdenken, du musst nicht tausende von Seiten durchschauen, ob du da irgendwelche Lösungen findest und danach noch 20 unterschiedliche Aussagen, die da stehen, noch abgleichen musst, was passt zu mir. All diese Arbeit liefere ich für dich. Das heißt, du brauchst nichts mehr denken, sondern einfach nur noch umsetzen. Und wenn du eine Frage hast, fragst du mich. Und ich liefere dir die Antwort eins zu eins. Du musst nicht warten, nicht googeln, du bekommst die Information direkt aus wärmsten Händen und mit einer Erfolgsgarantie. So, und jetzt bist du dran. Jetzt fragst du, Andreas, wo soll ich mich anmelden? Bitte. Ganz einfach, in den Shownotes und der Bemerkung findest du www.andreas-trienbacher.com Und da gehst du rein und setzt deinen Wunschtermin, deinen unverbindlichen, kostenfreien Wunschtermin. Dann hast du erstmal eine Erstberatung mit einem meiner Mitarbeiter. Und der schaut mal, welche Wünsche hast du. Was ist dein Anforderungsprofil? Und dann passen wir das an und schnüren dir dein Paket, was du brauchst, um erfolgreich zu sein. So, jetzt bist du dran. Ich freue mich auf dich. Jetzt bitte auch mit Termin eintragen und wir sehen uns in Kürze zu unserem Erstgespräch über 16 Minuten, wo ich dir ganz klar strategisch darlege, wie gehen wir vor, sodass du Erfolg hast. Dankeschön. Mach's gut. Bleib gesund.